Geheimtipps aus Berliner Museen Hallo, mein Name ist Gregor, Gregor Giese. Ich bin 34 Jahre alt und heute sehr nervös, denn ich werde gerade jetzt von dem berühmten Maler Hans Holbein, dem Jüngeren, gemalt. Ich selbst entstamme einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Danzig, aber seit 1519 bin ich adelig. Dass ich also nicht nur ein ganz gewöhnlicher Kaufmann bin, möchte ich auf diesem Bild mit meinem prachtvollen Gewand zum Ausdruck bringen. Seit zehn Jahren arbeite ich jetzt in London und wir befinden uns hier in meinem Büro in der Handelsniederlassung der deutschen Kaufleute. Dort unten siehst du meine Arbeitsmaterialien, darunter das Rechenbuch für meine Buchhaltung, eine Zinschatulle, Münzen, aber ganz besonders wichtig ist mir meine Dosenuhr. Das klingt für dich vielleicht komisch, so eine Dosenuhr, aber zu meiner Zeit ist eine transportierbare Uhr, die man einfach so in die Tasche stecken kann, eine technische Meisterleistung. Meine Dosenuhr ist quasi das Smartphone des 16. Jahrhunderts. Den Brief, den ich hier gerade öffne, der ist von meinem Bruder Tiedemann. Wahrscheinlich ist er etwas neidisch, dass gerade ich von so einem berühmten Maler gemalt werde. Mein lateinisches Motto hier an der Wand heißt übersetzt, ohne Leid, kein Freud. Ich hoffe, dass meine Verlobte von diesem Bild hier sehr beeindruckt sein wird. So, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr, denn ich muss weiter gemalt werden. Ich wünsche Ihnen wieder und ich bin auch immer noch mit deinemoraus in einem Jahrhundert.